Wir sind hier im zahnärztlichen Prophylaxe- und Behandlungszentrum Dr. Klück in Warendorf. Ziel unserer Praxisphilosophie ist es, Zähne, Zahnfleisch und das Gelenksystem gesund zu erhalten. Dabei ist Prophylaxe der wesentliche Baustein. Das startet im Kinderalter mit dem Erlernen von Mundhygienetechniken, dem Erklären und dem Unterstützen der Eltern, dass die Kinder das korrekt erlernen. Mit Prophylaxe anzufangen ist es im Prinzip nie zu spät, denn niemand möchte, egal in welchem Alter, seine Zähne verlieren. Wenn dann Patienten mit defekten Zähnen kommen oder mit fehlenden Zähnen, das kommt natürlich auch vor. Dafür suchen uns Leute auf, dass wir dann eben versuchen, mit Know-how vor Ort zu arbeiten. Fertigungszeiten verkürzen sich und Reparaturen zum Beispiel sind an einem Tag zu machen. Zahnkronen auch können wir dem ZEREC-Verfahren an einem Tag machen. Also die Patienten haben nicht so eine langwierige Behandlungsdauer. Ziel ist es eigentlich, die eigenen Zähne möglichst langfristig zu erhalten, den Patienten in seiner häuslichen Zahnpflege bestmöglich zu unterstützen. Ziel ist es, wie wieυχ ein бизнес-verhandlungsdauer, der wenn sie einen Tag auf den Tag anbeloriakeeper